Dreieinhalb Monate nach der Bundestagswahl scheint eine künftige deutsche Regierung aus Union und SPD immer wahrscheinlicher. Die Reaktionen darauf sind durchwachsen, wie etwa hier in Köln. Also erstmal hat es mir viel zu lange gedauert, aber letztlich kann man sich ja nicht erinnern. Und es ist schön, dass ich sich endlich geeinigt habe. Ich meine, die werden sich zusammentun, um ihre Posten alle zu behalten. Das glaube ich schon. Ich bin da nicht sehr glücklich mit. Also das war nicht das, was ich gewählt habe. Nach Abschluss der 24-stündigen Sondierungen über eine Neuauflage der Großen Koalition wollen nun Merkel, Seehofer und Schulz ihren Parteien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfehlen. Innenminister de Maizière zeigt sich zufrieden. Gut verhandelt, gut gemacht und gut für Deutschland. Wir diskutieren gerade, wer gewonnen hat, die Sozialdemokraten oder die Christdemokraten. Wir sind uns nicht einig. Ja, wenn sie so anfangen, wir sind ja nicht beim Fußball, sondern die Ergebnisse sind gut für unser Land. Ich finde, die Bundeskanzlerin hat sehr gut verhandelt, aber auch die Sozialdemokraten können sich damit sehen lassen. Und wenn sich das zusammenfügt, dann wird es was Gutes für uns. Ob die Große Koalition wirklich kommt, liegt jetzt vor allem an der SPD, in der viele noch skeptisch sind. Zwei Hürden gilt es zu überwinden. Am SPD-Parteitag in einer Woche müssen 600 Delegierte den Koalitionsverhandlungen zustimmen. Dann steht noch die Mitgliederbefragung aus. Bei CDU und CSU hingegen reicht eine einfache Zustimmung der Parteivorstände. CSU-Chef Seehofer ist optimistisch. Ostern sei der allerspäteste Termin für eine neue Regierung.